Ja, hallo, ich hatte im Dezember eine Schilddrüsenoperation, habe gleich im Anschluss einen Tag normal sprechen können und dann am übernächsten Tag war die Stimme weg, sie war einfach komplett weg, stumm, würde ich mal das so behaupten. Daraufhin wurde mir gleich gesagt, ich soll Logopädie machen, das würde sich wieder einrenken, der Nerv sei beleidigt. Es hat sich nicht wieder gebessert und ich habe also Logopädie gemacht, drei, vier Monate, war alle sechs Wochen zur Untersuchung und die Stimme war leise, heise, dünn, hauchig, ja einfach so, dass man sich nicht mehr miteinander unterhalten konnte oder kommunizieren konnte. Dann hieß es im April, dass ich mich berufsunfähig melden müsste, weil ich einen Beruf habe, wo ich nonstop reden muss und das hat mit mir dann schon, da kriegt man dann erstmal einen Schreck, dass man plötzlich mit 50 gesagt bekommt, dass man nicht mehr arbeiten gehen kann. Und dann habe ich immer Kontakt zu meiner Logopädin gehabt und die hatte eine Patientin gehabt, die wohl vor zwei, drei Jahren mal hier im Mewog war und hat dann mit Datenschutz hin und her mir den Kontakt übermittelt und dann habe ich mich mit der Dame unterhalten und die hat nur geschwärmt. Und dann habe ich gedacht, das gehst du an, probierst es, habe Termine ausgemacht, habe die Operation im Juni gehabt und ich rede wieder wie vorher. Ich würde sagen, die Stimme, wie gesagt, kriege ich mal die Rückmeldung, dass sie ein bisschen tiefer ist als vorher, aber ich denke mir immer, ein bisschen tiefer ist besser als höher. Und ja, ich bin einfach überwältigt. Auch jeder, der mich anspricht, sagt, die Stimme ist wieder da. Ich gehe seit vier Wochen wieder arbeiten, habe jetzt diese Wiedereingliederung rum und fange jetzt hier die Woche wieder ganz normal an zu arbeiten und bin einfach glücklich, dass die Stimme wieder da ist. Und es ist einfach toll. Also es ist unglaublich, dass die Stimme einfach wieder da ist. Völlig normal. Also ja, auch laut. Ich singe auch wieder. Ich habe früher mit meinem Chor gesungen und der hat jetzt hier nach den Sommerferien wieder angefangen. Ich kann wieder normal singen, muss vielleicht ein, zwei Mal öfter Luft holen, als ich vorher Luft geholt habe, aber das kann auch andere Gründe haben. Ja, es ist einfach toll. Ich kann das nur jedem empfehlen, machen zu lassen.